Ich mag junge Frauen. Ich bin mir da treu geblieben. Ich will das Reh. Stolz, schüchtern und schwer, sehr schwer zu kriegen. Die ausgedehnte Hirschkuh am Wegesrand interessiert mich nicht. Sie ist etwas für Heuchler, die Angst haben vor der Einsamkeit. Tja, die hatte ich nie. Die Stadt ist so geil, das ist ein gutes Wetter, aber da guckt ihr die Mötze an. Du klatschest nachher richtig weg. Noch eine, das ist wirklich ... Vickinger Alarm in Berlin. Den Schweden, Norweger, Finn, die machen das Geilste, was du machen kannst. Flat Rates. Ich bin reingegangen und hab gefragt, mach es mal langsam. Ich wollte mich schon. Ich sitze und trinke. Kommt an, fass mich einfach an den Schwanz. Geht weiter. Einfach so? Ja, einfach rein. Naturgalb vollrasiert und die spreizen die Beine, Alter. Die nächste Frau kommt. Ich mach 3er. Bumm, bumm, die eine von vorne. Ich lütsch die ... Ich lütsch die ... Aber man hat doch keine vollrasierten Muschis in der WG, die alle ficken wollen. Das ist doch unlogisch. Du warst im Puff, Mann. Du warst im Puff, Mann. Du kommst zu mir, sagst du ... Willst du das dich für dich machen? Kevin, ich ... Nein! Willst du das dich der einblasen? Kevin, ich hab keinen Bock auf sowas, Mann. Ich will nicht im Puff, Mann. Was los mit dir? Ich hab dir gesagt, ich will naturgeile Frauen. Geh doch nicht im Puff, Alter! Du Hammerwerfer, Alter! Nein, hey, Kevin ... Ich will nicht im Puff, du kennst mich. Ich hab einen Ehrenkodex, Mann. Ich bezahl doch nicht dafür. Ey ... Du Kacke. Ey, Kevin, der Empfang ist schlecht. Mann, ey, lass mich jetzt nicht hängen. Ich mag junge Frauen. Ich bin ihr da treu geblieben. Ich will das Rehen. Stolz, schüchtern, sehr schwer zu kriegen. Die ausgediente Hirschkuh am Wegesrand ... ... interessiert mich nicht. Hallo, Leute. Ich bin in der Klappe. Tom, lassen Sie uns über Frauen sprechen. Die Frauen wollen, dass man sich für sie interessiert, als Mensch. Und wir wollen, dass man sich für uns interessiert, als Penis. Wie ist das mit Frauen in der Realität? Wer hat Ihnen denn gegen die Schüssel getreten? Ja, ich bin Thorben. Ich hab keinen Sohn. Ich bin Thorsten. Hey Thorben. Du warst der größte Stecher von Wuppertal. Das ist alles Otto und meine Mutter. Dein Vater. Er konnte eine ganze Bar in Windeseile für sich vereinnahmen. Der ist in die Bars reingegangen, hat sich an Tresen gestellt und einfach nur geguckt. Also du möchtest, dass ich dir beibringe, wie man es schafft, dass eine Frau Lust bekommt, mit einem wie dir zu schlafen. Was sind die drei wichtigsten Punkte in der Anmachstrategie? Scham, Humor und Nachgiebigkeit. Oh Gott, bist du armselig. Ich habe mit mehr Frauen in meinem Leben gevögeln, als du Haare gefärbt hast. Ja, ja, du siehst du aus. Wie sieht's aus? Kommst du noch mit zu mir? Ich will, dass ihr euch neu erfindet. Der Männliche ist schön und nicht das Walchen. Was machst du da? Ich pindel. Im Sitzen. Was bist du denn für ein Relikt in meiner Generation? Sie können alle entsitzen. Du machst dich so zum Horst. Das ist doch Ehrensache, Thorsten. Tauben. Das heißt Tauben. Wie Tauben.